Mein Name ist Matthias Gold. Meine Eltern waren reich und ich wurde mit einem silbernen Messer im Rücken geboren. Hallo? Oh Gott, ich... Es wäre wohl besser, wenn wir Ihre Sprache sprechen. Ich habe diese Wohnung geerbt. Diese Wohnung ist ein Viagé. Der Käufer zahlt dem Verkäufer eine Vergütung bis zu dessen Tod. Bis zu ihrem Tod? Bis zu meinem Tod. Wie alt sind Sie? Französinnen können sehr alt werden. Ja, liegt im Rotwein, nicht wahr? Ich möchte verkaufen. Es gibt nur ein Problem. Die alte Dame, sie wohnt dort. Das ist nicht gut. Sie ist 90. Das klingt besser. Was tun Sie in diesem Haus? Mir gehört diese Wohnung und mir gehört auch Madame Girard. Auf ein langes Leben. Prost. Chloe ist meine Tochter. Sie wohnt hier. Wieso gibt es nur eine Toilette? In so einer riesigen Wohnung? Die Franzosen lieben es zu essen, aber aufs Klo gehen finden sie nicht so richtig. Ich bin mit meinem letzten Cent hergekommen. Sie konnten 57 Jahre alt werden und haben so wenig vorzuweisen. Bitte nicht so spitzfindig. Wenn Sie mich etwas Unangenehmes fragen wollen, dann fragen Sie einfach. Ich bin 90. So etwas wie Spitzfindigkeit interessiert mich nicht. Finden Sie meine Tochter interessant? Wo seid denn am besten? Ich verstehe kein Französisch, aber Rindvieh schon. Wenn du mich küsst, wird unser Leben komplizierter. Du bist wunderschön. Ich bin nicht wunderschön, ich bin fast alt. Präzision ist der Schlüssel für ein langes Leben. Präzision und Wein. Meine Mutter ist 92. Sie sagte, sie sei 90. Sie lügt, was ihr Alter betrifft. Ladies und Gentlemen, dies ist der großartige Guy Jembers. Grundgütige Hatterbar mit meinen Eierstöcken. Die müssen alle wieder zurück ins Wasser. Hatterbar mit meinen Eierstöcken.